Die Frage ist immer, warum macht eine Sparkasse dieses und warum macht sie jenes? Oder in diesem Fall muss es ja heißen, die Sparkassen hier im Kreis Siegen-Wittgenstein. Wir haben als Sparkasse Siegen im vergangenen Jahr unser 175-jähriges Jubiläum gefeiert. Das passt übrigens von der Lebensdauer sehr gut in das lange 19. Jahrhundert, welches Sie dann beschreiben werden. Und wir hatten unseren Geburtstag unter dem Motto, wir leben die Region gestellt. Diese Aussage gilt für uns als Sparkasse Siegen, gilt aber auch für die Sparkassen im Kreis Siegen-Wittgenstein. Weiterhin als regionale Kreditinstitute sind wir der Region verbunden und wir werden es auch als regionale Kreditinstitute weiterbleiben und leben diese Verbundenheit zur heimischen Region natürlich auf vielfältige Weise. Und da gehört halt eben nicht nur die Sportförderung dabei, Kultur, sondern da gehört auch geschichtliches, historisches Interesse dabei. Es passt insofern sehr, sehr gut aus unserer Sicht, dieses regionalgeschichtliche Buchprojekt von Ihnen, Herr V. und Ihnen, Frau Strautz, zu unterstützen. Denn wir versprechen uns, so wie Sie es in dem ersten Band Früh- und Hochmittelalter bereits getan haben, Herr V., eine gut verständliche, ansprechende Form, die den Leser, den geneigten Leser, diese Zeit, diese Periode gut nachvollziehen lassen. Ich persönlich glaube auch, Herr Breuer, auf Sie kurz einzugehen, dass gerade jetzt ein Zeitalter beschrieben wird, was nochmal deutlich interessanter sein wird für den geneigten historischen Laien, weil diese Zeitspanne greifbar ist, weil man vieles sehen kann. Es ist von den Vorrednern schon erwähnt worden. Man kann es sehen, während man ein frühes Mittelalter schon sehr genau hingucken muss, um zu spüren, was ist da. Und natürlich auch viele Erklärungen, warum existieren wir heute so, wie wir existieren hier in dieser Region, lassen sich hier wunderbar nachvollziehen. Ich würde gerne mit einem Zitat, was mir aufgefallen ist, von Sir Salman Rashti, ich glaube, das ist jetzt wieder angelsächsisch ausgesprochen, er wird, glaube ich, Pushti ausgesprochen, dieser großartige und mutige Schriftsteller hat unter anderem eine Aussage getroffen, die aus meiner Sicht sehr gut hierbei passt. Wer seine Geschichte nicht erzählen kann, existiert nicht. In diesem Sinne wünsche ich ihm im Namen der Sparkassen gutes Gelingen beim Erzählen eines weiteren Teils der Geschichte des Kreises Siegen-Wittgenstein. Amen. Amen.